Berlin ist besonders, eine Stadt aus vielen Städten und Dörfern, aus fast 100 Kiezen, die alle unterschiedlich sind. Und das hat einen Grund. Das Berlin, das wir heute kennen, gibt es erst seit 100 Jahren. Damals wurden die Städte und Gemeinden, die heute Berlin sind, zusammengefasst. Aber wie sah Berlin davor aus? Damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wedding, Tiergarten, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Das war Berlin bis 1920. Als Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches beherbergte es den Reichstag, das Stadtschloss und die Ministerien. Die wichtigsten Institutionen unseres Landes finden sich auch heute noch im Zentrum der Stadt und nicht etwa in Charlottenburg oder Neukölln, weil diese Bezirke bis vor 100 Jahren gar nicht zu Berlin gehörten. Bis 1870 war das alte Berlin, damals noch kleiner, sogar von einer Zollmauer begrenzt. Sie diente dazu, den Handel zu überwachen. Heute ist von ihr kaum noch etwas übrig. Und doch ist sie über ihre Tore und Schleusen irgendwie noch immer auf dem Stadtplan präsent. Brandenburger Tor, Hallisches Tor und der Oberbaum waren Zollkontrollpunkte an dieser Mauer. 1920 war die Trennung zwischen Berlin und seinem Umland nicht mehr so klar. Insbesondere die Städte Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Neukölln grenzten Haus an Haus an Berlin an. Der eigene Charakter, den diese Bezirke noch heute haben, kommt aus der Zeit, als sie eigene Städte waren. Wilmersdorf und Schöneberg waren bürgerlich geprägt. Den Ruf als Unterhaltungsviertel hatte Neukölln hingegen schon, als es noch Rixdorf hieß. Die Städte und Orte um Berlin hatten prunkvolle Rathäuser, die heute mitunter einem einfachen Stadtbezirk kaum noch angemessen erscheinen. Jemand, der Berlin nicht kennt, könnte kaum entscheiden, welches dieser Rathäuser das eines Bezirks und welches das von Berlin ist. Auch im Verkehr gibt es heute noch einige Artefakte des alten Berlins. Das Straßenbahnnetz in Köpenick sieht man auf der heutigen Karte noch immer recht deutlich als früheres Inselnetz. Auch die bald kürzeste U-Bahnlinie der Stadt, die U4 in Schöneberg, ist ein Überbleibsel der Vorberliner Zeit. Getrennt vom restlichen Netz wurde sie 1910 als erste kommunale U-Bahn Deutschlands eröffnet, um Schönebergs Stadtgebiet mit einem modernen Verkehrsmittel zu erschließen. Und auch auf dem Stadtplan versteckt sich ein Hinweis auf einen Flickenteppich aus Städten und Dörfern. Viele Straßennamen gibt es in Berlin mehrfach. Die Bahnhofstraße etwa gibt es achtmal, die Dorfstraße sechsmal und die Hauptstraße siebenmal. Hauptstraßen gäbe es noch viel mehr, wenn sie nicht nach der Vereinigung zu Großberlin umbenannt worden wären. Die 31 Straßen in Berlin, deren Namen mit Altbeginn, also Altbiesdorf, Alt-Wettenau, waren früher meist die Dorf- oder Hauptstraßen der jeweiligen Dörfer und Städte. Doch in Zeiten der Industrialisierung wurden aus den Dörfern und Berlin Städte. Bauern verkauften ihre Güter für viel Geld an Investoren. Ihr Land wurde bebaut und die Stadt aus vielen Städten wuchs. Dass aber jede Gemeinde ihren eigenen Weg ging, wurde mehr und mehr zum Problem. Schon seit 1820 diskutierte man über Eingemeinungen. Aber die Landkreise, in denen die betreffenden Orte lagen, waren oft dagegen. Mit den gutbürgerlichen EinwohnerInnen wären auch Steuereinnahmen verloren gegangen. Und so passierte lange nichts. 1912 versuchte man einen erneuten Anlauf. Ein loser Zweckverband mit Berlin und einigen umliegenden Gemeinden und Landkreisen wurde gegründet. Der Verband kaufte gemeinsam 100 Quadratmeter Waldfläche, die auch heute noch Bestand hat. Er ist also einer der Gründe, warum Berlin eine der grünsten Hauptstädte der Welt ist. Ein echter Zusammenschluss wurde erst in einer Zeit denkbar, in der ohnehin vieles im Wandel war. 1918 brach das Kaiserreich zusammen. Und die Moderne stand vor der Tür. 1920 nahm Berlin die Chance wahr, zur Weltstadt zu werden. Das Groß-Berlin-Gesetz wurde im April 1920 beschlossen und trat am 1. Oktober in Kraft. Von einem Tag auf den nächsten verdoppelte sich Berlins Einwohnerzahl so auf 3,8 Millionen. Berlin bekam 14 neue Bezirke dazu, die heute so selbstverständlich zur Stadt gehören, wie Currywurst und Fernsehturm. Das Gesetz ermöglichte nun eine gemeinsame Planung der früheren Metropolregion. Es war die Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Stadt mit allen Brüchen, die noch auf sie zukamen. Zu dem, was sie heute ist. Zu dem, was sie heute ist. Ö ansonsten Vielen Dank.